Wir leben in turbulenten Zeiten. Der Coronavirus macht jeden Tag Schlagzeilen, hält unsere Welt in Griff und versetzt viele Menschen in Angst und Panik. Viele sprechen von einer zweiten Welle, die noch gefährlicher werden könnte als die erste. Mit dieser Pandemie gehen gleichzeitig Proteste gegen Einschränkungen einher, der Ruf nach Freiheit und Frieden wird laut, sowie der Protest gegen Rassismus. In Amerika spricht man bereits von einer chaotischen Präsidentschaftswahl. Verschwörungstheorien machen die Runde, viele leugnen den Virus, die Gesellschaft ist gespalten und Endzeitstimmungen machen sich breit. Als im März der Lockdown eingeführt wurde, stellten sich viele Christen die Frage, beginnen jetzt die Endzeitwehen? Über die sozialen Medien wurden Endzeitfragen behandelt, Prophezeiungen aufgestellt, die mehr Unsicherheit als Trost spendeten. Wir Christen leben in großen Herausforderungen. In einigen Gemeinden wird zwar wieder Gottesdienst gefeiert, doch viele nutzen doch lieber das Gottesdienst-Livestream-Angebot. Zu jeder Zeit in der Menschheitsgeschichte wurde die Frage laut, was kommt jetzt auf uns zu? Ich möchte uns heute inmitten von Panikmache, Angst, Corona und Verschwörungsmythen zurufen, lasst uns nüchtern bleiben. Als Christen stehen wir doch auf dem Fundament des Wortes Gottes. Wir haben Jesus, unseren Herrn. Er regiert, er kennt diese Welt, er kennt auch Corona und wird seinen Plan mit dieser Welt vollenden. Wir wissen nicht, was kommt, aber wir wissen, wer kommt. Und das ist unser Trost. Aber bis Jesus wiederkommt, sind wir als Christen herausgefordert, einen klaren Blick zu behalten und uns eben nicht von Panikmache und kuriosen Nachrichten und Spekulationen beeinflussen zu lassen. Darum möchte ich uns heute sieben Anliegen ans Herz legen, die Jesus uns in seinen Endzeitreden mitgab. Ich lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 13, Abvers 28. Hier spricht Jesus, An dem feigen Baum aber lernt ihr ein Gleichnis. Wenn seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so wisst, dass es nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Von jenem Tage aber, oder der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Seht euch vor, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jeden seine Arbeit und gebot dem Türhüter, er sollte wachen. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er euch nicht schlafend finde, wenn er plötzlich kommt. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, wachet. Soweit unser Text aus Markus Kapitel 13. In seinen Endzeitreden verwebt Jesus mindestens zwei Ereignisse ineinander. Zum einen die Zerstörung des Jerusalemer Tempels, die tatsächlich im Jahr 70 nach Christus stattfand, und zum anderen seine Wiederkunft am Ende der Zeit. Aufgrund dieser beiden Erzählstränge können wir seine Endzeitreden nicht wie einen Baukasten zusammensetzen und am Ende sagen, das sind die Zeichen und deswegen können wir ganz klar den Zeitpunkt bestimmen, an dem Jesus wiederkommen wird. Bis zur Wiederkunft werden Zeichen auftreten. Jesus selbst aber weist in Vers 32 auf Folgendes hin, um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Dies ist bereits das erste Anliegen, das wir verstehen müssen. Jesus möchte uns klar machen, bejahe deine Unwissenheit. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Viermal betont Jesus hier in Markus Kapitel 13 die Ungewissheit seiner Wiederkunft. Vers 32 Von jenem Tage aber oder der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Vers 33 Seht euch vor, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Vers 35 So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Jesus selbst macht deutlich, dass er die Stunde nicht weiß. Diese Unkenntnis zeigt bei Jesus auch seine ganze Menschlichkeit. Er, der allwissende Gott, verzichtete in seinem Menschwerden und Menschsein freiwillig auf dieses Wissen. Gleichzeitig macht es die Dreieinigkeit Gottes deutlich. Der Sohn ist dem Vater untergeordnet. Nur der Vater weiß um den Moment der Wiederkunft unseres Herrn. Der Sohn wartet auf den Befehl seines Vaters. Hier ist der Sohn dem Vater gegenüber ganz gehorsam. In der Kirchengeschichte gab es immer wieder Einzelfälle, wo Menschen versuchten, die Wiederkunft unseres Herrn zu berechnen. Aber sie sind alle fehlgeschlagen. Wir sollen uns nicht in verrückten Spekulationen verrennen, sondern unser Vertrauen ganz auf den Vater setzen. Nur er weiß um den Zeitpunkt des Weltenendes. Wer mehr wissen will, als Gott offenbart hat, übermisst seine Kräfte und verläuft sich. Hier können wir vielleicht von dem Segen der Verborgenheit sprechen. Es gibt durchaus Unwissenheit im Leben, die unserer Schwachheit und Faulheit geschuldet ist. Wiederum gibt es aber auch ein Wissen, das uns schaden könnte. Darum ist es so wichtig, dass wir das Offenbarte von Gott annehmen, sein Wort, sein deutlich offenbarter Wille. Hier dürfen wir wachsen in der Erkenntnis. Aber was nicht offenbart ist, bleibt ein Segen der Verborgenheit. Wir sind Menschen mit begrenztem Verstand. Darum bejahe deine Unwissenheit. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Verzichte auf Spekulationen, vertraue deinem Herrn und sei zu jeder Zeit bereit für sein Kommen. Die Unwissenheit zu bejahen bedeutet aber nicht, dass wir unser Denken ausschalten sollen. Deshalb das nächste Anliegen, beobachte deine Zeit. Jesus sagt hier in Vers 28 und 29, an dem Feigenbaum aber lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Jesus betont es, wenn ihr seht, dass dies geschieht. Mit anderen Worten, schaut genau hin, wie die gesellschaftlichen und globalen Entwicklungen sind. Wir als Jesusnachfolger sollen keine uninformierten Hinterwäldler und Kleingeister sein. Nicht der Rückzug in meine vertraute Nische ist gefragt, sondern ein genaues Beobachten des Zeitgeschehens. Wir dürfen uns aktiv mit dem Zeitgeschehen auseinandersetzen. Aber wie können wir die politischen und gesellschaftlichen Strömungen richtig einordnen? Das ist das dritte Anliegen, das Jesus uns ans Herz legt. Binde dich an Gottes Wort. Darum diese zentrale Aussage von Jesus in Vers 31, mitten hier in seiner Endzeitrede. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Alles, was um uns herum geschieht, muss in das Licht des Wortes Gottes gestellt werden. Vom Wort her dürfen wir prüfen, beurteilen, vor falschen Strömungen und Meinungen warnen. Das Wort Gottes allein ist unser Fundament für Lehre und Leben. Gottes Wort ist irrtumslos. Gottes Wort ist unzerstörbar. Gottes Wort ist ewig. Himmel und Erde werden vergehen, aber das Wort Gottes wird in aller Ewigkeit bestehen. Der Apostel Petrus endet seinen zweiten Brief in Kapitel 3 ab Vers 17 mit folgenden Schlussworten. Ihr aber, meine Lieben, weil ihr das im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute mitgerissen werdet und euren festen Halt verliert. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten. Amen. Petrus macht deutlich, wir haben ein Wissen, das die Ungläubigen nicht haben. Wir haben das Wort Gottes. Wir haben die Schrift. Wir haben auch die Endzeitreden unseres Herrn, in denen Jesus immer wieder deutlich sagt, wundert euch nicht, ich habe es euch alles vorhergesagt. Ja, dass es schwierig und hart werden wird, wissen wir bereits. Darum brauchen wir uns durch den Irrtum der Leute nicht mitreißen lassen. Auf heute angewandt, Verschwörungstheorien, die sogar in einem frommen Mantel daherkommen, werden uns nicht mitreißen, nein, denn wir haben Gottes Wort. Hier auf dem Wort Gottes ruht unser fester Halt und den gilt es nicht zu verlieren. Wie werden wir noch fester? Petrus sagt es, wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Wie nutzen wir diese Corona-Zeit? Schauen wir auf Jesus? Wachsen wir in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn? Mit einfachen Worten, lernen wir Jesus immer noch besser kennen? Machen wir uns immer mehr von ihm abhängig? Gerade auch in dieser Zeit als einzelner Christ und als Gemeinde? Nehmen wir zu, auch wenn es Einschränkungen gibt? Wir haben die Bibel. Lesen wir umso intensiver in ihr? Suchen wir die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus? Wird uns die lebendige Beziehung mit Jesus immer köstlicher, immer wertvoller? Jesus sagt in Johannes Kapitel 17, Vers 17, Mein Wort ist die Wahrheit. Hier haben wir einen festen Anker. Wir sollen wachen, indem wir uns an das Wort Gottes binden. Andernfalls werden wir mitgerissen vom Zeitgeist, von aktuellen Trends und Vergnügungen, von unserer Clique, YouTube-Clips oder von modernen Propheten, die uns manchmal sogar sehr interessant erscheinen. So leicht können wir ein Spielball aller möglichen Einflüsse und Mächte werden. Darum ist es so wichtig. Unsere Gemeinden müssen Trainingzentren des Wortes sein. Wir müssen tiefer in das Wort Gottes hineingeführt werden. Die Zeit ist so ernst, als dass wir uns mit Unterhaltung zufrieden geben. Wir müssen geistlich stark werden und das können wir nur durch das Wort Gottes. Darum das nächste Anliegen, bleibet wachsam im Gebet. Jesus sagt in Vers 33, seht euch vor, wachet! Und in Vers 35, so wacht nun. Ich denke da auch an die Worte, die Jesus den drei Jüngern im Garten Gethsemane sagte, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Wie sollen wir also wachen? Durch beten. Jesus sagt, betet. Das ist die ganz normale Praxis, die für jeden Christen selbstverständlich sein sollte. Jesus fordert uns nicht zu einer abgehobenen Spiritualität heraus, nach dem Motto, ihr müsst spezielle Motivationskurse besuchen. Nein, lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. So haben wir es als Kinder in der Sonntagsschule gesungen. Und das gilt. Beten und im Wort verwurzelt sein. So wachsen wir und so bleiben wir auch wachsam. Dann gibt Jesus uns in den Versen 34 bis 37 ein kleines lehrreiches Gleichnis, das weitere Anliegen für unser Leben als Christ in den Wirren der Endzeit enthält. Jesus sagt, es ist wie bei einem Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jeden seine Arbeit und gebot dem Türhüter, er sollte wachen. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er euch nicht schlafend finde, wenn er plötzlich kommt. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wachet! Was will Jesus hier deutlich machen? Er will uns sagen, dass wir Vollmacht erhalten haben zum Arbeiten. Darum sein nächstes Anliegen, benutze deine Vollmacht zur Arbeit. Jesus verbietet uns, dass wir uns in turbulenten Zeiten von der Arbeit zurückziehen. Wir sollen nicht das Jammerlied anstimmen, die Zeiten sind so schwer, lasst uns Kontakte nach außen meiden, unser innerer frommer Zirkel ist genug, hier schotten wir uns ab und trösten uns untereinander. Nein. Wie können wir wachsam sein? Durch Bibel lesen, Gebet, aber auch, indem wir weiterhin treu unsere Arbeit und Dienste tun. Menschen um uns gehen verloren. Sei ein Zeuge für Jesus, gebe das Evangelium weiter. Wirke mit und in deiner Gemeinde, setze dich ein, investiere dein Herzblut und deine Gaben. Jesus sagt in dem Gleichnis, handelt, bis ich wiederkomme. Er soll uns nicht schlafend finden, sondern frisch, wachend, munter bei der Arbeit. Er hat uns Vollmacht gegeben für unseren Dienst, wo immer du stehst. Als Christ hast du einen Dienst von Jesus geschenkt bekommen. Du wirst gebraucht an deinem Ort, in deiner Nachbarschaft, in deiner Gemeinde. Darum, werde nicht träge, werde nicht müde, sondern lass dich neu motivieren. Jesus ist da. Er baut seine Gemeinde. Er stoppt nicht seine Arbeit, auch nicht jetzt in dieser Corona-Zeit. Er arbeitet weiter und er will uns mit hineinnehmen in seinen Dienst. Wir dürfen seine Werkzeuge sein. Wir dürfen für ihn da sein. Er möchte uns gebrauchen, auch in dieser Corona-Zeit. Weiter sagt Jesus, dass wir wie die Türhüter wachen sollen. Das besagt, beschütze die dir anvertrauten. Ein Türhüter hatte den Auftrag, die Stadttore oder Königspaläste zu bewachen. Aus Johannes Kapitel 10, Vers 3 erfahren wir auch, dass Schafherden bewacht werden müssen, damit nicht falsche Schafe hineinfinden. Jeder Christ hat die Aufgabe des Beschützens. Der christliche Vater beschütze seine Familie, die Eltern ihre Kinder, die Ältesten ihre Gemeinden, die Lehrer ihre Studenten und die Verkündiger die biblische Lehre des Wortes Gottes. Wie können wir Türhüter sein? Indem wir Gottes Wort lehren und weitergeben, Menschen in unserer Gemeinde Heimat finden lassen. Wir dürfen Menschen begleiten, seelsorgerlich uns gegenseitig stützen, auf Irrtümer hinweisen. Diese Aufgabe ist groß. Aber in allem bleibe wachsam und bereit für das Kommen des Herrn. Jesus spricht in diesem Gleichnis davon, dass er zu allen vier Nachtwachen kommen kann. Die Römer unterteilten ja die Nacht in vier Wachen ein. Der Abend, der ging bis 21 Uhr und dann die Mitternacht, also von 21 Uhr bis 0 Uhr nachts und dann der Hahnenschrei bis um 4 Uhr morgens und dann der Morgen von 4 bis 6 Uhr. Wann kommt unser Herr wieder? Es kann um Mitternacht sein oder aber auch erst am Morgen. Wir wissen es nicht. Jesus macht uns deutlich, dass das Warten auf seine Wiederkunft lange dauern kann. Darum wachet! Sieben Anliegen, die uns wichtig sein sollen in dieser Zeit des Wartens auf unseren Herrn. Ich möchte sie noch einmal wiederholen. Erstens, bejahe deine Unwissenheit. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Zweitens, beobachte deine Zeit. Verschließe nicht die Augen, sondern schau genau hin, was um uns herum geschieht. Und dann nehme das Zeitgeschehen und stelle es in das Licht des Wortes Gottes. Darum drittens, binde dich an Gottes Wort. Gottes Wort ist unser Anker. Gottes Wort ist unser Licht. Gottes Wort ist unser Fundament. Viertens, bleibe im Gebet. Alles, was dich bewegt, darfst du zu Jesus bringen. Fünftens, benutze deine Vollmacht. Du hast Dienste geschenkt bekommen. Sei fleißig, werde nicht träge. Sechstens, beschütze die dir Anvertrauten. Suche die Gemeinschaft mit ihnen. Betet füreinander. Ermutigt und stärkt euch untereinander. Und siebtens, wache und sei alle Zeit bereit. Das alles gibt uns die geistliche, stabile Immunität gegenüber aller Panikmacher unserer heutigen Zeit. Was auch immer noch kommen mag in Zukunft. Hier sind wir stabil. Hier haben wir einen festen Anker. Hier sind wir wirklich feste, starke Christen, die gegründet sind in Jesus, in seiner Gnade, in seinem Wort. Zum Schluss, bleib froh und zuversichtlich. Von Martin Luther kommt die Aussage, wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Dieses Leben als Christ ist kein Leben mit eingezogenem Kopf, ist keine Scheuklappenexistenz. Wir dürfen froh, zuversichtlich und gottvertrauend durch dieses Leben gehen. Wir dürfen uns und unser Herz immer wieder daran erinnern, auch wenn die Umstände bedrückend oder frustrierend erscheinen, haben wir Christen jederzeit Grund zur Hoffnung und zur Freude. Denn unser Gott regiert und er ist gut alle Zeit. Amen.